Und damit kennen wir heute was gerade von der Herd kommt zu seiner neuen Folge von Paper Mario The Origami King Refolded Refolded fragt euch, Refolded ist eine Fanmod von Hunterx Human, der diesem Spiel ein bisschen wieder den alten Charme gibt Genauso wie wir neue Items, neue Gegner und richtig krassen neuen Stuff bekommen Und was das genau alles ist, werden wir hoffentlich heute sehen Und wir haben beim letzten Mal Bobby irgendein geheimes Item gegeben, damit wir Olivia retten können Die von ihrem Bruder unter einem Stein begraben wurde, es war ziemlich brutal Onkel M, danke, dass du mir geglaubt hast und doppelt danke dafür, dass du mich zum weiten Ozean begleitet hast Es tut mir leid, dass ich so ein Geheimnis darum gemacht habe, was auf dem Schiff passiert ist und was in der Kiste war Aber jetzt erzähle ich dir alles Es ist schon etwas her, die Jungs und ich, wir waren mit der MS Peach unterwegs Meine Freunde, wir hatten alle für die VIP-Kabine zusammengelegt Gut, ein paar mussten auf dem Boden schlafen Aber das weite Meer, der salzige Wind, es war einfach großartig Doch dann hat einer, hat diese komische, monströse Blooper Der hat einfach das Schiff angegriffen Wir haben alles getan, um die Peach zu beschützen Aber er war zu stark Und dann ist es passiert Ich habe meine Lunte verloren Sie wurde von Bord gefegt und ich mit ihr Mitten im weiten Ozean Ich weiß nicht wie, aber ich wurde in Toetown angespült Ohne Lunte, ohne Erinnerung Also bin ich losgezogen, allein und verloren, um meine Erinnerung wiederzufinden So habe ich Olivia und dich getroffen Und dann war da das Feuerwerk im Schogoland Das hat mir meine Erinnerung zurückgebracht Der Kampf mit dem Blooper, meine Lunte, meine Freunde Boom, alles wieder da Ich bin so froh, dass ich meine Erinnerung wieder habe Ich weiß wieder alles Auch einen Weg, Olivia zu retten Weißt du, ich hatte viele Freunde Aber meine besten Freunde habe ich schon vor langer Zeit bei einem Unfall verloren Sein Name war ebenfalls Bob-omb Olivia wäre durchgedreht Ich hatte seine Lunte immer als Erinnerung bei mir Zumindest, bis ich das Gedächtnis verloren habe Also war sie die ganze Zeit da, wo ich sie zurückgelassen hatte In der VIP-Kabine des Schiffs Onkel M Wenn ich auf diese Weise unsere Freundin retten kann Bin ich zu dem Bob-omb geworden, der ich immer sein wollte Jeder Bob-omb hofft auf eine Chance, etwas zu verändern Es so richtig knallen zu lassen Onkel M, ich Es war schön, mit dir und Olivia unterwegs zu sein Einfach bombig Tut mir leid, ich bin etwas nervös Danke für die Lunte, alter Freund Und danke Mario Danke für alles Ja, Nintendo übertreibt halt komplett Holy shit Macht halt noch dreimal ein Replay da drauf Damn Das ist heavy, holy shit Das ist schon, äh Das ist schon anders heavy Was, was ist passiert? Hast du mich gehettet, Mario? Ich danke dir Platt gedrückt zu werden, ist wirklich schmerzhaft Aber jetzt geht's mir schon wieder richtig gut Wow, der ganze Feld ist weg Zu Schnipseln zerpulvert Wie ist das denn passiert? Hast du so eine Art Dynamithammer aufgetrieben, oder was? Einfach so Julian, Bäm, oder wie? Boah, war der unlustig Moment, was? Wo ist denn Bobby? Ich, ich sehe ihn gar nicht Mario Moment, hat er Es gab einen lauten Knall Und jetzt ist der Fels weg Nein, nein Das darf nicht sein Damn, ist das heavy Für ein Nintendo Game ist das richtig heavy Lass uns Olivia hinterher gehen Oha, was Nintendo hier für Themen behandelt Das ist schon krass Das ist schon krass Ich frag mal den Typen hier Na sowas, doch Wir haben sonst nicht viele Besucher Aber du bist nicht mal der erste Besucher Gerade eben ist hier so eine feine, riesen Biene vorbeigebruchst Alles klar Wie cool ist das denn? Eine riesen Biene Oh boy Okay, hä, wie? Komm ich da hoch? Nein Okay, cool Komm her Ey, was soll denn das denn? Ich bin am Graben, du Affe Oh Mauro vielleicht nicht aus seinem Loch rausziehen Check Eine wichtige Box Imagine, ihr macht eine Schatz drauf und ihr bekommt eine wichtige Box Ich weiß, da ist die Lunte von dem Kollegen von Bobby drin Aber trotzdem Aber trotzdem Es ist so stupid Okay, wir gehen einfach systematisch durch alle Doors durch, I guess Bisschen unnötig der Raum Aber ist ja gar kein Problem Hast du dieses Bienenmädchen zum Weinen gebracht? Nein, das war ich nicht Das war also Das war vorher schon so Ich bin nicht mal schön, dass es Bobby ist dran schuld Beim Yoga gilt immer dasselbe Wie bei der Arbeit Immer tief nach unten Er hat's verstanden Okay, lass uns mal hier rumsteppen Weil ich wollte diesen Block eigentlich haben Bam 1000 Coins nehm ich mit Kann man so zum Frühstück immer Coins essen Ist immer eine gute Sache tatsächlich So, steppen wir in die, ich vermute mal letzte Tür Und, ja Es wird wieder sentimental, Leute Warum? Bobby hat, er hat sich für mich geopfert Ich kann nicht glauben, dass er nicht mehr da ist Wie konnte er das nur tun? Ich weiß nicht, wie ich jetzt weitermachen soll Er ist weg Einfach so Ich bin so traurig Ja, aber was soll ich jetzt machen? Was passiert? Jackpot, Junge Draußen ist ein riesiger Felsen explodiert Wir haben die ganzen Bruchstücke eingesammelt Und schauen Mal, ob was hübsches Glänzendes für Bowser dabei ist Ich weiß nicht, was ein so riesiger Felsen explodieren lassen könnte Aber es ist mir auch egal Mit etwas Glück können wir uns wochenlang ums Buddeln drücken Muss los Untersuchen Onkel M Junge Nintendo übertreibt aber auch komplett, oder? What the hell? Hör mir mal zu Olivia macht diese ganze Sache wirklich schwer zu schaffen Aber Wie soll ich sagen? Wenn sie sich nicht zusammenreißt, dann Dann war alles umsonst, was ich getan habe Aber wenn irgendwer sie aufmuttern kann Dann du, Onkel M Ich meine Du bist schließlich Onkel M Überleg mal Was würde sie zum Lächeln bringen? Lachen ist die beste Medizin, heißt es ja Vielleicht kannst du sie zum Lachen bringen Holy shit Nintendo Hör doch auf Also nachdem er jetzt fünfmal in seinen Sätzen das Lachen betont hat Würde ich einfach die Goomba-Maske aufziehen Weil sie da immer übelst den Lachfleisch bekommen hat Oh, das ist nicht fair, Mario Er hofft mich zum Lachen bringen zu wollen Aber Es sieht einfach zu lustig aus Danke, das ist so lieb von dir Jetzt fühle ich mich wirklich besser Ich kann hier einfach nicht trübselig herumsitzen Bobby hätte das auch nicht gewollt Lass uns los Lass uns weitermachen Wir müssen meinen Bruder unbedingt aufhalten Danke nochmal, Mario Und schonmal danke für deine zukünftigen Heldentaten So, so dann Sehen wir uns um die Sehen wir uns um Deutsch Genau Aber zuerst musst du dieses lächerliche Ding abnehmen Sonst kann ich nicht ernst bleiben Nee Yo, okay Das hier sieht so sass aus da oben Keine Ahnung Dann darfst du uns doch mal zurücksteppen Gut, das hat mich wieder auf Spur gebracht Gehen wir durch den Tunnel und finden wir die Luftschlange Manchmal muss man eben etwas von der Seele weinen Stimmt's? Wo ist eigentlich Bobby hin? Huch Wirst du das auch? Mir kräuseln sich die Nackenfalten Ich fange irgendwie Bobby-ähnliche Schwingungen auf Aber das bilde ich mir bestimmt nur ein, oder? Wir haben nur noch unsere Erinnerungen Aber das reicht nicht Wir tun das hier für dich, Bobby Yo, wie heavy Was ist los, Mario? Gehen wir Junge, was Nintendo hier für ein Fass aufmacht Das ist echt krass Echt krass Find ich aber gut, dass mal so ein paar ernstere Themen Also, ist ja Also, soll ja Ist ja, also Ist ja auch gut mal, dass mal ein bisschen ernstere Sachen aufkommen Aber wir machen jetzt erstmal hier Komm Die Tür auf Warum wird eine Tür eigentlich so verschlossen Wie eine Packung Milchschnitte? Ich verstehe es nicht Hier sind die Schuhcards Stieflimusine 2020 Leistung 150 Yoshis Höchstgeschwindigkeit Goldpilz Hört euch dieses Prachtstück eines Stiefmobils an Oh yeah Dieses Modell, das Stieflimusine Das einzig wahre der 2020 Generation Düst durch die Wüste wie ein wütender Kugelwilli Mit einer Leistung von 150 Yoshis Kannst du dann auch ordentlich den Turbo reinhauen Aber dann solltest du lieber deinen Schnurrband festhalten Denn die Höchstgeschwindigkeit beträgt Goldpilz Oh yeah Eine kostenlose Testfahrt ist das Mindeste, was ich für dich tun kann Durch Annahme dieser Pfeife Stimmst du automatisch unsere Leasing-Geschäftsbedingungen zu Oh yeah Die Stiefmobilpfeife Ruf dein getreues Stiefmobil dabei, wenn es in der Wüste ist Einfach die Pfeife zücken und das Stiefmobil kommt angesauzt Und bringt dich überall hin mit einer Leistung von 150 Yoshis Zumindest in der Wüste Die Reifen sind nämlich für kein anderes Terrain zugelassen Und jetzt nichts wie eingestiegen und abgezischt Bam, ich mach euch alle kalt, mach ich euch Den kann ich auch umfahren, jawollo Zu was haben sie mich denn zusammengefallen? Zu einer Schaufel oder einem Spaten? Ich muss es wissen War er eine Schaufel oder ein Spaten? Ich weiß es nicht Ist mir auch eigentlich relativ egal Ich will einfach nur rumdüsen, ist voll cool Herzlich Willkommen in der großen Sandpapierwüste Durch das neue Update 0.7 Welches jetzt vor ein paar Wochen raus Oh, da ist ein neues Item, ich hab's genau gesehen Wurden in der Wüste ganz viele neue Gegner hinzugefügt Und dieser rote Block, den ihr da seht Da, das ist ein neues Item Und da gehen wir jetzt direkt als erstes hin, weil ich will neue Items Dafür müssen wir aber diesen Kugel-Wili Äh, Kugel-Wili Ganz genau, Kugel-Wili Müssen wir diesen Dude da zerstören Ich hab keine Ahnung, wie man das macht Äh, das kann unmöglich so in Ordnung sein Kein Wunder, dass es hier so finster ist Warte mal Es ist nicht einfach nur dunkel am Himmel Das ist ja wirklich ein schwarzes Loch Jemand scheint die Sonne geklaut zu haben Wie kann so etwas überhaupt passieren? Wie schafft man das, ein Loch in den Himmel zu machen? Naja, zumindest ist es hier draußen gerade nicht brennend heiß Und wir versuchen uns wegen des Lochs erstmal keine Sorgen zu machen Ich will den Dude besiegen Jawohl, wir haben ihn Glitzer-Wurfhammer Wir haben den schon Egal Wir haben den gekauft Okay Die können wir nicht bekämpfen, das ist gut zu wissen Da leuchtet was Jetzt gibt es auch Bob-Bombs Oh mein Gott, wie krass Ist jetzt erstmal eine Vermutung Ich glaube, wir sollen es noch nicht groß in der Wüste umgucken Weil wir werden uns hier später noch häufig genug bewegen Hm, was ist das denn? Es sieht so aus, als käme man hier dort rein Wollen wir es vielleicht einmal probieren? Sieht irgendwie aus wie ein Riesentod Hey, sieh dir mal diesen großen, dürren Kerl da an Und die Spitze sieht fast aus wie jemand, den wir kennen, oder? Die gelbe Luftschlange führt hier lang Ich würde der erstmal folgen Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee Weil schließlich bei mir die ja Nie verschwindet den Boden Hey, das Ende der Luftschlange Wir haben es geschafft Der Weg hier war kein leichter Erst der roten Luftschlange folgen Dann der blauen Wir mussten manche Schwierigkeiten überwinden Und es gab auch traurige Momente Aber jetzt Da wir die gelbe Luftschlange so gefunden haben Geht es endlich aufwärts Ich fühle es Moment, wo ist das Ende? Ist es etwa im Sand vergraben? Och ne Warum denn? Was machen wir jetzt? Wir können uns doch nicht durch den Sand graben Nein, der Sand ist Papier Das geht sowieso nicht Halt, warte Da ist eine Innschrift auf dem Polest Vielleicht steht da was Wie man sich nach unten graben kann Ja Also Mario Das kann ich überhaupt nicht lesen Aber das sind seltsame Schriftzeichen Tut mir leid Die verstehe ich nicht Gerade als ich dachte Es wird besser Ich weiß nicht Die Sonne ist weg Alles ist kaputt Wir sind so tot Das einzige, was dir jetzt noch helfen könnte Ist vielleicht ein Like und ein Abo dazulassen Ich weiß es nicht Oh, da hinten sind Lichter Das gibt mir wieder Hoffnung Die sind doch so schön bunt Solche Strahlen sind doch nur von belebten Orten Vielleicht finden wir dort jemanden Der die mysteriöse Schrift lesen kann Das ist eine gute Idee Lass uns da mal doch hinfahren Oh, sieh nur So grell So hell Als wäre die Nacht erwacht Ich bin eine richtig gute Dichterin, oder? Guys Herzlich willkommen hier In der Welt mit dem krassesten Soundtrack Es ist so krass Es ballert so hart Also wirklich Musik ist perfekt Sauber eingepackt Dankeschön Da oben hängen Pilze und sowas Aber ich kann ja nichts machen Es ist eine meiner liebsten Welten In ganz Paper Mario Es ist so krass Wir kommen in Sniff City Vielleicht hast du schon mal Von einem anderen Namen Für diesen Ort gehört Den kannst du aber vergessen Es ist auf jeden Fall Eine richtig schön Stadt Sniff City soll anders heißen? Echt? Vielleicht hört man ja auch Die Stadt der Janoven oder so Es sieht so schön aus Können wir hier was kaufen? Ey, Lexus Wieso denn extra günstig Natürlich kannst du dir was kaufen Ja, aber nichts wie in den vorherigen Welten auch Bis neulich Tschüss Steppen wir doch hier mal rein Ich will mich eigentlich überall umgucken Weil alles sieht so cool aus Das sieht sehr sass aus Ist das ein Spiegel oder so? Ich weiß es nicht Aber hier scheint es nichts weiter zu gehen Dann schauen wir doch ins nächste Zimmer rein Lass dich von mir nicht stören Ich lass mich von dir ja auch nicht stören Wildfremde Sniffits beim Beschnüffeln von Betten belästigen Manieren haben manche Leute Sorry, okay Dude Ey, die Musik, die ballert so hart wirklich Ich liebe sie Ein Reisender willkommen in einem kleinen Wüstenparadies Sie müssen müde sein von der langen Reise Vielleicht möchten sie uns im Luxushotel erholen Ich stehe in keinerlei Verbindung mit dem Und hält mir halt auch keine Provisionen Keineswegs Jaja, du bist safe, so Werbungmacher Apropos Werbung Schaut euch mal diesen Luigi hier an Du möchtest nicht so langweilig aussehen wie Luigi Oh no Dann komm auf dem offiziellen Casenorm-Shop vorbei Und schau, was es dort alles Spaßiges gibt Da wird jeder fündig Selbst du, Luigi Oh yeah Erster Link in der Videobeschreibung Boah, ist es das, was ich denke, dass es das ist? Haha Das ist ein neuer Hammer Das hab ich genau gesehen Da will ich hin Lauf, lauf, lauf Es tut mir leid, dass du tot bist Das interessiert mich überhaupt nicht Den Hammer holen wir als letztes Und wir kriegen Den Ultrahammer Ein extrem starker Hammer Und schicker Hammer zugleich Äußerst mächtig Let's go Komm mir jetzt bloß Nimm mit Ich hab's ja gesagt Ey, es tut mir so leid, dass du tot bist Und dass ich dir gerade noch einen Hammer in den Rücken gehauen hab Ha Ey, und ich liebe es, dass hier nicht nur Toads und Sniffits rumstehen Du bist nicht der einzige Besucher in letzter Zeit Bin mir sicher, dass es ein Toad war und kein Sniffit Komischer Kauz Ein Toad? Ich dachte, die gibt's hier überall Ein paar Löcher stopfen kann ich ja noch aufkeimen Ich hoffe, das ist okay für euch Okay, was gibt's hier hinten noch? Also ich bin mir sicher, dass wir Das sieht nach Toad aus, ja ganz genau Ähm Ich bin mir sicher, dass wir in dieses große Gebäude müssen Aber ich möchte mich gerne vorher hier hinten nochmal umschauen Vielleicht gibt's ja noch irgendwas Spannendes Jaja, das sieht schon so aus, als müsste man da rein Schaut mal, wie die Sniffits da posieren und so Wir holen uns aber noch den Block hier vorher Mit Coins Hier hoch kommen wir gar nicht Okay Ne, kommen wir in Palast Hotel Sniff Sehe die Reisende Oh, ist das toll Wir haben uns ganz schön abgemüht bisher Verdienen wir nicht mal eine Pause mit Zimmerservice und so, Mario? Die Idee klingt ganz gut Aber wir können hier hinten noch was erkunden Da ist einfach das L von Luigi drauf Eröffnung demnächst Luigi macht einfach seinen eigenen Laden auf Wie cool ist das denn? Und während Luigi das macht Steppen wir doch mal hier in dieses wunderbare Gebäude Und schauen, was uns hier drin erwartet Okay Mit was macht der Dude Musik, bitte? Ey, was geht ab? Hast du einen Musikwunsch? Oh, warte Ich nehme gar keine Musikwünsche an Tisch ab Okay, sorry Oh, hier können wir nach hinten Oh, hier können wir uns sogar durchboxen Oh, da ist ein Toad Aber Habe ich eine Poolparty verpasst? Ha Das ist ja zum Zusammenfalten, Mario Boah, mir tut mein Hals jetzt schon weh Nach einmal Toad reden Wir können auch hier safe rausspringen Das sieht mega sus aus Ja, können wir for real Let's go 100 Coins Danke für gar nichts Lass uns doch mal weitergehen Und gucken, was uns hier erwartet Hier ist die Rezeption Entspannter Musik und ein Toad Danke fürs Retten Ist super schön Ähm, wir sollten vielleicht mal mit dem Mit dem Sniffet hier talken Der hat nämlich den Key da hin Willkommen, willkommen Es ist immer wieder eine Freude Reisende zu empfangen Leider sind wir momentan völlig ausgebucht Aber alternativ können wir Können sie in der Wüste übernachten Oh, wir Wir suchen gar nicht nach einem Zimmer Sondern nach jemandem, der Seltsame Schriften lesen kann Ist hier vielleicht so jemand zu Gast? Ah, Professor Toad Der arbeitet mit ihm zusammen Er ist leider gerade nicht hier Aber wenn sie Seine Kollegen sind Kann ich ihnen ja ohne Bedenken Seinen Zimmerschlüssel geben Bestes Hotel wo gibt Schlüssel des Professors Wo mag er nur stecken? Das weiß ich Mario, ich glaube Er denkt, wir arbeiten mit Äh, einer Art Toad Professor zusammen Das ist ein Glück, oder? Jetzt sind wir ein Professor Der gewiss seltsame Schriften Lesen kann auf den Fersen Einfach die Treppe hoch Am Ende der Brüstung Sie können ihn gar nicht verfehlen Ja, dann lass uns doch mal Da hochsteppen Ich will mich ganz Ah, vielleicht gucken wir uns später Hier nochmal um Ich will gerne den Toad treffen Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee Hey, sieh dir das mal an Ein riesiges Bild Die ganze Wand entlang Unglaublich Aber was ist das? Es sieht fast aus wie ein Comic Ah, und hier sind wieder diese seltsamen Zeichen Hoffentlich kann uns der Toad, den wir suchen, damit helfen Äh, ich hoffe doch Vier Augen Die Toad-Statuen Und dann Feuervogel Und Keine Ahnung Ja, nehmen wir doch den Schlüssel des Professors Und steppen hier rein Der Schlüssel passt nicht Was ist da los? Oh, Verteilung, Verteilung Ist doch echt Tut mir so leid Ähm, also Das, das hab ich ganz vergessen Wir haben hier einen Freund In den, in die Besenkammer Äh, ich meine In eine Unsere Schnäppchen-Suiten Diese Getrademark Es tut mir leid Für die Verwechslung Folgen Sie mir einfach Wir haben den Professor In die Besenkammer verlegt Ehren-Sniffets Ehren-Sniffets Oh mein Gott Wie Äh, wie Oh man Imagine Ihr habt ein Zimmer Seid nie da Und ihr werdet dann in die Besenkammer verliehen Weiß ich jetzt nicht Was ich von halten soll Oh, das ist ja ganz nett hier Ich möchte Zimmer-Service Schließlich bin ich zum ersten Mal in einem Hotel Und dieses Bett Ist die voll aber gemütlich Ha, hier könnte ich mich richtig entfalten Aber Wir haben wohl keine Zeit zum entspannen Nein, haben wir nicht So, hast du irgendetwas gesehen? Das ist okay Ich könnte bitte den Professor zu finden Äh, ich denke sein Tagebuch Ja, es steht was darüber Wo er hingegangen ist Zum Solar-Altar Ich hab keine Ahnung Wo das ist, Mann Wir werden ihn hoffentlich finden Und zwar beim nächsten Mal, Geist Wenn ihr jetzt noch ein Video sehen wollt Wo Mario Bros. Wonder in DS-Grafik Als Fangame existiert Dann schickt dieses Video auf Sonst lasst doch ein Abo da Ich wünsche dir noch einen schönen Tag Ciao, ciao, Leute